Es gibt Millionen verschiedene Lebensformen auf unserem Planeten. Wir Menschen sind nur eine davon. Es ist ja nur ein Tier, lässt uns Anfang 2017 keine Ruhe mehr. Und wir, die Pegasus-Familie, beschließen den Tieren, eine Stimme zu geben. Hier in Spanien, die Hunde sind Sachen. Wenn man nicht mehr haben will, dann schmeißt man weg. Wir sind bei den Tieren. Was meine Ärztin mal gesagt hat, also Frau Planke, Sie sind wie ein Kriegsberichterstatter. Was Sie gesehen haben, sieht eigentlich kein Mensch. Und das machen Menschen mit Tieren. Siehe, ich habe euch gegeben, alles was da wächst und Samen trägt, das sei eure Speise. Die Tiere sind da nicht vorgesehen. Lebt euch bitte mal einfach Fell auf die Zunge. Einfach Haare auf die Zunge. Was kriegen wir sofort? Würde die Pferde. Die Hunde leben hier in Zimmern mit Bodenheizung und in ihrer jeweiligen Hundegruppe. Und haben sieben Hektar Ausläufe zu verpacken. Also die Pferde sind nicht unbedingt zum Reiten da, sondern sie sind unsere großen Lehrmeister. Wir können sehr viel lernen über die Pferde und mit den Pferden. Ich denke, dass heute eine togetherness muss, von Menschen und Tiere, denn der Planet ist nicht sehr groß. Die Muchartigkeit Five JerYa your Bis zum nächsten Mal.